Ja, ich freue mich, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt eure Bibel mitgebracht. Wenn du in einen Gottesdienst kommst, der vom Schwerpunkt her biblische Lehre hat, dann bist du klug beraten, wenn du deine Bibel mitbringst. Okay. Ansonsten ist das tatsächlich in Gottesdiensten kein Fehler, die Bibel mitzubringen für das nächste Mal. Ja, ich bin selber ganz erstaunt, dass wir eine solche Veranstaltung wieder haben. Ich dachte im Mai, dass wir diese Art und Weise der Lehre vielleicht doch stärker noch in die Hauszellen hineinbekommen. Aber es ist auch okay so. Auf großen Wunsch habe ich gedacht, ist es okay, dass wir das einmal im Monat auf diese Art und Weise miteinander teilen werden. Wem für euch kennt die Erfahrung, dass er ganz gerne beschützt ist. Kennt ihr die Erfahrung, auch schutzlos zu sein? Ja, kennt ihr auch, ne? Das sind die Erfahrungen, die uns überhaupt nicht liegen. Die liegen uns manchmal traumatisch Jahre noch im Magen. Situation, wo du denkst, dass plötzlich irgendwas so an dich rankommt und du kannst dich nicht wehren. Schutzlosigkeit, nichts ist schlimmer. Ich kann mich da immer an meine Phase erinnern, als ich noch etwas jugendlicher war. Und du kommst plötzlich mit einer Bande zusammen und die sind sechs, sieben Mann und du weißt genau, wenn die jetzt schneller sind als du, dann hast du einen ganz schlechten Abend. Diese Situation ist keine schöne. Und dann kannst du rennen, was das Zeug hält. Du staunst über dich selber. Ich habe oft gedacht, da müsste man die Zeiten stoppen. Da könntest du wahrscheinlich echte Rekorde feiern. So, was Angst doch ausmacht und wie du dann rennen kannst. Die Gefahr macht dir Beine, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Schutzlosigkeit macht dir unglaubliche Angst. Sodass wir uns wünschen, dass uns jemand beschützen würde. Wir würden uns das wünschen, dass unser Leben wie unter so einer Käseglocke ist, dass nichts Böses an uns rankommt. Und wer mal in der Bibel liest, der findet ganz viele Bibelferse, wo Gott wie unsere Burg dargestellt wird oder wie unser Riesenfels, auf den wir uns stellen und dann sind wir sicher. Gott als derjenige, der uns beschützt. Und natürlich, welche sind die bekanntesten Worte über den Schutz Gottes? Welchen Vers zitiert man, wenn man von Schutz Gottes redet? Danke, genau, genau, das ist wahr. Der Kandidat hat 99 Punkte. Psalm 91, genau. Also mit dem fangen wir mal an. Und allerdings nur den ersten Vers. Da steht, je nachdem, ob du die Luther-Übersetzung hast oder die Elberfelder oder Schlachter oder Bruns oder was immer du als bewährte Bibelgrundlage für dich entdeckt hast, ich lese das hier nach der Elberfelder, wer im Schutz des Höchsten wohnt und im Schatten des Allmächtigen bleibt, der sagt zum Herrn, du bist meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue. Ja, so genieße ich das. Ein Gott, der mein Schutz ist. Meine Burg, mein Versteck, da laufe ich hin. Der Herr ist nicht eine Kuscheldecke, die man zwar über seinen Kopf zieht, aber die nicht wirklich schützt. Ja, das glaubt man nur als Kind, wenn man nichts mehr sieht. Die Kuscheldecke ist oben drüber, dann ist man geschützt. Dummerweise entdecken die anderen einen trotzdem. Okay, also das haben wir schon gelernt. So Gott muss unser Schutz sein. Super. Wie kriegt man denn den Schutz los? Weil die Erfahrung, die wir doch alle machen, ist welche? Dich trifft es trotzdem manchmal, stimmt's? Ist so oder nicht? Wir würden uns das wünschen, dass der Schutz so massiv ist, dass nichts mehr passiert. Halleluja, du stehst morgens auf, hast den Jubel schon richtig auf der Zunge, es perlt richtig runter und der ganze Tag läuft so. Ja, Pustekuchen, hast du dir gedacht? Ist aber nicht so. Die Frage ist, wieso ist das nicht so? Und was bringt uns, obwohl wir Jesus-Nachfolger sind, obwohl wir Jesus lieben? Was bringt uns raus aus dem Schutz Gottes? Das war meine Frage. Was müssen wir tun, um unter diesem Schutz Gottes zu bleiben? Okay? Damit es dir in der Schule gut geht. Damit du bei dir zu Hause wirklich in der Familie Ruhe hast. Damit du an deinem Arbeitsplatz merkst, du bist echt gesegnet und der Chef ist mehr oder weniger freundlich und auf deiner Seite und in der Gemeinde geht es gut und wir merken als Christen in unserem Land geht es uns gut. Was müssen wir tun? Es ist oft einfacher, mit der negativen Seite anzufangen. Was passierte denn mit Adam und Eva, als sie dachten, sie müssen das, was Gott sagt, nicht mehr tun? Damit flogen sie raus und damit setzte das Chaos ein. Also was ist die Quintessenz bei dem Gedanken? Wenn du nicht tust, was Gott sagt, fliegst du aus dem Schutz raus. Schlicht und ergreifende Wahrheit. Solange du unter dem, was Gott dir sagt, bleibst und tust, was er sagt, solange besteht sein Schutz. Wenn du da rausgehst, fliegst du raus aus dem Schutz. Tiefe, unglaublich theologisch versierte Annahme. Denk gut drüber nach, weil da liegt der Schlüssel. Was machte Adam und Eva? Adam sagte schlicht und ergreifend, nee, ich glaube nicht mehr Gott, dass du die höchste Autorität bist. Ich glaube nicht mehr, dass das, was du sagst, die Wahrheit ist. Ich glaube lieber dem Teufel in Form von der Schlange. Und in dem Augenblick, wo er das Vertrauen nicht mehr auf Gott setzte und auf das, was Gott ihm sagte, stellte er sich nicht mehr unter die Autorität Gottes, sondern stellte sich unter die Autorität desjenigen, der ihm gerade ins Ohr flüsterte. Und das war der Teufel. Und damit flog er raus aus dem Schutz Gottes. Das heißt also, unter Gottes Schutz stehen bedeutet, sich Gottes Autorität zu unterordnen. Den Satz kannst du dir rot anschreiben in deiner Bibel. Unter dem Schutz Gottes stehen und bleiben und leben bedeutet, unter Gottes Autorität bleiben wollen. Und hier merken wir, da haben wir eine Riesenherausforderung. Wieso haben wir so große Schwierigkeiten, uns Autoritäten zu unterordnen? Wer von euch ist gerne gehorsam? Ja, genau. Ich habe schon befürchtet, dass es wahrscheinlich 90% der Leute nicht strecken. Wir sind nicht so gerne gehorsam. Wir singen so gerne wie der alte Frank Sinatra, I did it my way. Ich mache das so, wie ich das will. Das ist in uns drin. Das siehst du schon bei ganz kleinen Kindern. Wenn die Mama dann kommt und ab einem gewissen Alter versucht die Mama dem Kind noch das Brot zu schneiden, Nee, ich kann nicht selber. Und dann merkst du schon, oh, 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 jetzt wird das Ding schwierig. Und wenn du älter bist, ja, wir haben das gerade gehabt, dann früher hat die Mama einen angezogen. Das hält sich manchmal sogar bis ins Alter, haben wir festgestellt. Aber irgendwann merken wir, dass wir mit den völlig anderen Modegeschmacksformen dann doch nicht mehr klarkommen. Okay. Was ist unser Problem? Wir haben ein ganz grundsätzliches Problem, gehorsam zu sein. Denk drüber nach. Und woran liegt es? Es gibt einen Vers, den ich dir empfehle, grün zu unterstreichen oder rot in deiner Bibel. Der steht in Römer 12, 1 und 2. Da sagt die Bibel im Römerbrief, sei nicht gleichförmig mit dem Denkschemata dieser Welt. Also denk nicht so, wie es in der Welt üblich ist, sondern begreife, dass bei Gott es völlig andere Prinzipien gibt. Darüber habe ich nachgedacht. Und über Autorität und dem Segen der Autorität, darüber nachzudenken, bedeutet sich mit dem auseinanderzusetzen, was in unserer Gesellschaft eigentlich üblich ist. Und du und ich, wir wachsen alle auf und unser Staat hat eine Grundsatzautoritätsform, die nennen wir Demokratie. Was heißt das denn auf Deutsch? Was heißt Demokratie? Weiß das irgendeiner? In der Schule aufgepasst. Ja, das ist die Herrschaft. Die Herrschaft des Volkes. Genau. Das heißt, die Mehrheit entscheidet, was richtig und was falsch ist. Und wenn du zur Minderheit gehörst, was musst du machen? Streiken. Theater machen. Auf jeden Fall Lärm machen. Weil dann hast du als Minderheit in unserer Demokratie welche Chance? Wenn du nur laut genug bist? Genau. Kannst du dich auch durchsetzen. Und wenn du nur drei Prozent hast? Völlig egal. Wenn du laut genug bist, dann kannst du in der Demokratie deinen Willen durchsetzen. Warum? Das fußt auf einem Grundgedanken. Nämlich dieser Grundgedanke heißt folgender. Jeder Mensch hat das Recht auf Selbstbestimmung. Auf Deutsch ich mir meiner mich, die Heiligen Vier. Ich will und ich sag und ich setz durch und wenn ich stark genug bin oder genug Leute hinter mich bringen, dann kann ich diese Meinung tatsächlich durchsetzen. Und kein Mensch und keine Autorität darf mich in meinem Willen beschneiden. So leben wir in einer Demokratie. Im Erziehungswesen hat sich noch ein viel härterer Ansatz durchgesetzt. Den nennt man anti-autoritäre Erziehung. Was bedeutet das denn? Es gibt niemanden mehr, der dir was sagen kann. Kein Lehrer in der Sch- Ja, jeder macht, was er will. Und solange du dich einigermaßen im Rahmen hältst, also nicht unbedingt die Leute grundsätzlich mehr schädigst als nötig, lassen sie dich auch laufen. Anti-autoritäre Erziehung. Das geht bis in die Schule. Dass der Lehrer so gut wie keine Rechte mehr hat. Der kann gar nichts machen. Wehe dir als Lehrer, du stellst das Kind vor die Tür. Deine Aufsichtspflicht versäumt. Außer du hast noch eine alte Tür, die so eine Klinke hat. Dann lässt du die von draußen runterdrücken, damit du siehst, dass er immer noch da ist. Aber das sind so doofe Spiele. Aber am Ende merkst du, wer will dir noch was sagen? Stimmt's? Von wem lässt du dir noch was sagen? Genau. Nur von mir selber, genau. So, und das ist das Denken, das in unserer Gesellschaft völlig normal ist. Und so wachsen wir auf, schon als kleine Kinder. Und was sagt ein kleines Kind, wenn es irgendwann das mal begriffen hat? Mama, du darfst mich gar nicht hauen. Ja, das kriegen wir sofort raus. Wir kriegen sofort raus, welche Rechte wir haben. Stimmt's? Mit 14 Jahren, ich habe freies Aufenthaltsbestimmungsrecht. Ja. Das. Ich weiß zwar gar nicht genau, wie man das schreibt, aber immerhin, das habe ich. Oder was auch immer. Wir sind Weltmeister darin, sofort rauszukriegen, welche Rechte wir haben. Wir haben nur nie begriffen, dass wir auch Verantwortung haben. Und unser Staat fördert uns und bringt uns bei in der Demokratie Bestimm dich selber. und jetzt beginnen wir mit Jesus zu leben und Jesusnachfolger zu werden und mit mal kommt der große Schocker für ganz viele Leute, die sich christlich nennen. Denn in der Gemeinde Jesu läuft das Pferd völlig anders. Fast, als wenn es gegen den Uhrzeigersinn laufen würde. Denn im Reich Gottes sagt Jesus immer, redet er, wenn er von seinem Reich redet, redet er von was? Von einem Königreich. Das Königreich ist genau das Gegenteil zur Demokratie. Im Königreich gibt es einen einzigen, der der Chef ist, nämlich wer? Der König. Fertig. Das nennt man eine Monarchie. Monos. Einer. Gott sagt klar, was richtig und was falsch ist. Gott setzt die Menschen ein in eine Hierarchie. Er baut sein Reich. Er sagt, hey, der hat Autorität und der hat keine. Das ist richtig und das ist falsch. Und das sind die Ordnungen und das ist das, woran du dich zu halten hast. Und er debattiert überhaupt nicht damit, wenn wir aufstehen und sagen, ey Gott, das passt mir aber nicht. Also Gott, ist mir egal. Ich bin der Chef und ich sage dir, was richtig ist. Ich schaffe die Naturgesetze und ich sage, wie sie funktionieren. Und dann stehen wir noch und sagen, aber wir hätten gerne im Sommer den Schnee und nicht im Winter. Und wir können dann meckern, wie wir wollen. Wer setzt sich am Ende durch? Der Chef. Finde ich aber doof. Ja, ist nicht so schlimm. Kannst du ruhig doof finden. Deswegen ist er trotzdem der Chef. Stimmt's? Aber Gott, wir haben in der Gemeinde beschlossen. 97 zu 3. Ist mir egal. Ihr könnt auch 100 zu 0 entscheiden. Ich mache es trotzdem so, wie ich denke. Und wir merken, das läuft so anders, wie wir denken. Und Gott sagt zu dir, hör mal, mein Freund, über mein Wort und über meine Gesetze debattiere ich mit dir nicht. Weil du bist bloß ein Geschöpfer, weil ich bin der Schöpfer. Und jetzt stehen wir da und haben die riesen Herausforderungen unseres Lebens, dass jemand kommt und einen Wahnsinnsanspruch an dein Leben stellt. Und Gott sagt, ey, ich bin der Chef. Und jetzt stehen wir da und sagen, wollen wir aber nicht. Oder höchstens 50%. Die anderen 50 sind von uns. Merkst du, wo das Problem mit Autorität ist? In dem Augenblick, wo Gott nicht wirklich die Autorität ist, sondern wir die Autorität nehmen, fliegen wir aus seinem Schutz raus. Und das ist der Grund, warum wir so viele Attacken in unserem Leben erleben, weil wir nicht unter dem Schutz von Autorität stehen. Und jetzt wird es praktisch, ihr lieben Freunde. Jetzt, das garantiere ich euch. Ich lade euch ein, vielleicht eine absolut revolutionäre Bibelstelle zu lesen. Vielleicht hast du die noch nie im Leben gelesen. Versuch mal, Hiob zu finden unter das 36. Kapitel. Weißt du, wo Hiob ist? Das ist vor Psalm. Also wenn du die Mitte ungefähr der Bibel findest, ein Stück davor. Da steht Hiob. 36. Kapitel. Und ich lade dich ein, den 11. und den 12. Vers zu finden und zu lesen. Und vielleicht sagst du, das ist die Offenbarung meines Lebens. Okay, wäre ja gut, dann hast du einen Riesengewinn heute Abend. Aber wenn du einen Rotstift hast, bitte streich dir die Stelle rot an, damit du sie wieder findest. Und da steht in Hiob 36, Abfass 11. Hör genau zu. Das ist vielleicht die Offenbarung, die du dein Leben lang gesucht hast. Wenn sie hören und gehorchen, vollenden sie ihre Tage im Glück und ihre Jahre in Annehmlichkeiten. Wenn sie aber nicht hören, also auf Deutsch ungehorsam sind, rennen sie in den Spieß und verscheiden ohne Erkenntnis. Hast du die Bibelstelle schon mal gelesen? Die steht in der Bibel, ne? Hast festgestellt. Aber vielleicht noch nie bewusst gelesen. Hammer, oder? Da sagt Gott, total ohne Wenn und Aber. Wenn du lernst, mir zu gehorchen, dann wird dein Leben auf Glück aufgebaut sein und du wirst am Ende der Tage merken, wie der Segen Gottes auf dir ruht. Wenn du das nicht tust, läufst du in die Falle und wirst dein Leben elendig zugrunde gehen sehen, vielleicht in großem materiellem Wohlstand, aber am Ende völlig vorbeigelebt. So überleg dir gut, was du willst, ob du ein Leben im Gehorsam willst oder nicht. Die Frage ist doch, und jetzt kommen die ganzen frommen Leute, soll ich euch meine frömmste Frage sagen, nachdem ich schon ein bisschen Jesus nachgefolgt habe. Meine erste Frage, als ich in eine christliche Gemeinde kam, war, wer hat mir was zu sagen? Weil ich bin aufgewachsen mit Rebellion im Herzen. Meine Generation war prädestiniert dafür. Dafür sind wir auf die Straße gegangen und haben mit Steinen geworfen. Das war, da waren wir die Helden. Wir waren die Oberrevolutzer. Das war unsere Berufung. Und jetzt kam ich in die sogenannte fromme christliche Gemeinde und meine erste Frage war, wer hat mir was zu sagen? Das musste ich klären. Wer ist der Chef im Laden? Das ist eine wichtige Frage, oder? Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? Ich hatte keine Mühe, mich Gott zu unterordnen. Ja? Gott, du bist der Chef, da war ich mir einig. Der hat alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Ich bin ja nicht lebensmüde, mich mit dem anzulegen. Also bei Gott hatte ich überhaupt keine Mühe, das zu akzeptieren. Aber stell dir mal vor, da gibt es ja auch noch dieses andere Fußvolk. Ja? Da gibt es ja noch Menschen. Und diese Leute, die nannten sich auch Christen und die haben mir plötzlich gesagt, was ich zu tun habe. Also dem einen gefiel meine Haarlänge nicht, dem nächsten gefiel meine Klamotten nicht, der dritte fand meine Art und Weise zu reden nicht toll und der vierte, also die hatten alle irgendwas. Und all sowas musste ich ganz schnell lernen. Wer von der Bagage hat mir was zu sagen und wer nicht? Das war meine wichtigste Frage. Sofort. Weil sonst kann ja jeder kommen, und an dir rumziehen, oder? Wer hat dir was zu sagen? Nur der liebe Heiland. Quack, 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 frommer Mist. Ja, kannst du vergessen. Sondern wisst ihr, was ich plötzlich gelernt habe in der Bibel? Autorität hat was mit Menschen zu tun. Mit dem lieben Gott hatte ich nie Stress. Der war sowieso der Boss. Aber lustigerweise setzt Gott Menschen ein, um dich dieses Prinzip des Gehorsams üben zu lassen. Tja, und dann habe ich mir eine zweite Variante überlegt. Okay, ich unterstelle mich, ich unterstelle mich auch Menschen. Aber nur, wenn sie meiner Meinung sind. Tja, da bin ich auch nicht so richtig glücklich mit geworden, mit der Theorie. Aber ehrlich, kennt ihr das auch? Wenn der Prediger predigt, was ich sowieso glaube, dann ist er ein richtiger Prediger. Und ansonsten ist das aber ein doofer Prediger. Gehe ich nicht mehr hin. Suche ich mir eine andere Gemeinde. Okay, dumm ist, wenn in einer anderen Gemeinde dasselbe gepredigt wird. Dann hast du richtig Theater. Also habe ich gelernt, wenn ich mich mit Autorität auseinandersetzen will und unter dem Schutz Gottes bleiben will, muss ich begreifen, wen hat Gott eingesetzt, der Autorität hat. Okay, ihr wart schon im Römerbrief, den habt ihr schon mal gefunden. Geht mal ins 13. Kapitel mit mir. Da wird die Frage behandelt, woher haben Menschen Autorität? Woher? Weil wenn du lernst, dich der Autorität zu unterstellen, bist du unterm Schutz. Und unterstellst du dich der Autorität nicht, bist du nicht unterm Schutz. Also überleg genau, wer hat Autorität? Und wo haben sie die her? Römer 13. Ich lese ab dem ersten Vers. Jede Seele, Jede Seele, also du und ich, jeder Mensch, unterwerfe sich den Übergeordneten, in Klammern staatlichen, Obrigkeiten, Mächten, Ämtern, Behörden. Denn es ist keine Macht, keine Autorität, außer von Gott gegeben. Und die Bestehenden sind von Gott eingesetzt. Also von wem kommt Autorität? Freunde, diesen Gedanken dürft ihr nochmal nachdenken. Von wem kommt Autorität? Wer hat am Ende Autorität gesetzt? Ob du willst oder nicht, Autorität kommt immer von Gott. Egal, ob die Autorität gut oder schlecht ist, das werden wir gleich noch sehen. Autorität ist am Ende von Gott eingesetzt beziehungsweise von Gott zugelassen. Hammerhart. Dein Lehrer hat Autorität. Auch wenn du das nicht magst. Auch wenn das ein schrottiger Lehrer ist. Auch wenn er pädagogisch eine 5 kriegen müsste. Auch wenn er sich nie die Zähne putzt. Der Bursche ist eingesetzt mit Autorität. und jetzt kannst du dich dieser Autorität unterstellen und gehorsam sein, dann geht's dir gut. Und du kannst rebellieren, dann bist du nicht unter der Autorität und nicht in der Ordnung Gottes und dann wird's dir auf Dauer schlecht gehen. Hart, aber herzlich. Mit deinem Arbeitgeber ist das übrigens genau dasselbe. Das wird noch spannend in Bezug auf Ehe und Familie, Freunde, das kommt heute noch. Also das wird noch ein netter Abend. Ja, aber ihr werdet sehen, das ist total spannend sich anzugucken, was sagt die Bibel. In Bezug auf Gemeinde wird das auch noch ein nettes Ding heute. Also wir haben noch gute Zeiten vor uns. Ich versuche etwas schneller zu werden. Ja, damit die Dosis schneller reingeht. Das ist so, wenn du so große Tabletten schlucken musst, dann musst du das etwas schneller machen. Dann tut es nicht ganz so weh. Okay. Das heißt also, niemand kommt in Autorität, außer Gott hat ihn da eingesetzt. Hammer Gedanke. Lass ihn mal wirken. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, und das ist, was Vers 2 sagt, wer sich daher diesen Obrigkeiten widersetzt, widersetzt sich den Ordnungen Gottes. Die aber widerstehen, werden von Gott am Ende ein Urteil empfangen. Stell dir das vor, du unterordnest dich bestimmten Autoritäten, die gesetzt sind, nicht, und du bekommst von Gott dafür das Urteil. Das ist ein ganz heißer Gedanke. Deswegen noch mal, vergiss diesen Hauptgedanken nicht, wer sich Autorität nicht unterstellt, steht nicht mehr unterm Schutz. Wer sich Autorität unterstellt, unterstellt sich damit auch dem Schutz, der am Ende von Gott kommt. Okay. Was ist denn jetzt, und jetzt kam mein nächster Gedanke, ey Gott, was ist aber, wenn die Leiter nichts taugen? Was ist, wenn mein Chef ein blöder Kerl ist? Was ist, wenn unsere Bundeskanzlerin oder unser Bundeskanzler eine wirklich unfähige Socke da oben ist? Was mache ich am Ende sogar, wenn ich einen Vorgesetzten habe, der Pharao-like ist und nichts anderes zu tun hat, als die Leute zu unterdrücken und zu pressen? Was mache ich dann? Jetzt kommt der Punkt. Ihr lieben Freunde, über den Pharao habe ich länger nachgedacht. Pharao, wisst ihr, wo der herkommt? Ägypten, die Geschichte, kennt ihr. Volk Israel ist in Ägypten, wurden dann zu Sklaven gemacht, mussten wirklich eine Menge Torturen über sich erdulden und der Pharao war der oberste dieser Bedrücker und Feinde und wirklich ein Räuber in bösester Form, ein echt schlimmer Finger, egal was er gemacht hat. So, und jetzt bist du, stell dir vor, du bist ein Israelit, was würdest du machen? Obrigkeit ist von wem eingesetzt? die nicht dem oder die nicht dem nicht? Wisst ihr, was ich mich gefragt habe, hat Gott den wirklich eingesetzt, den Kerl? Und jetzt denken wir mal nach, wer von euch kennt noch die Josefs Geschichte? Jakob hatte zwölf Söhne, Josef ist einer davon, Josef hat Riesenträume, Gott würde ihn gebrauchen, um die ganze Welt zu retten, die Brüder, denen geht er so auf den Geist, dass sie ihn in die Zisterne sperren und dann später verkaufen sie ihn und dann kommt er nach Ägypten, ist er Sklave und am Ende steigt er dann zum zweiten Mann des ganzen Staates auf, ist wirklich clever von Gott her, so dass er die Hungersnot abwenden kann, indem er genug Vorräte angesammelt hat und dann macht Josef was? Lässt seine ganze Sippe nach Ägypten kommen und dann breiten sich die Israeliten in Ägypten aus und solange wie Josef und die Erinnerungen an ihn existieren, solange geht es ihnen gut, als das nicht mehr ist, setzt das Chaos ein und sie werden alle Sklaven. Geht die Geschichte noch ein Stück weiter nach hinten. Dieser Jakob, der Vater mit den Zwölf, hatte einen Großvater und der hieß Abraham und als dieser Abraham in 1. Mose 15 mit Gott ein Bund macht, da fällt er in einen tiefen Schlaf und was zeigt Gott ihm da für die ganz tiefen Insider? Genau, da hat dieser Großvater schon eine Vision davon, dass das gesamte Volk mal 400 Jahre lang in die Gefangenschaft gehen wird. Genau die Zeit, die dann Israel tatsächlich unter den Ägyptern leidet. So, wer wusste schon, bevor das Volk überhaupt so weit denken konnte, dass die mal unter Gefangenschaft der Ägypter stehen werden? Wer hatte den Plan, dass die nach Ägypten gehen? Wer hat gewusst, dass es einen Pharao geben wird? Von wem war Autorität eingesetzt? Ach so. Denk gut drüber nach, wenn du über irgendwelche Leute meckerst, die dir vorgesetzt sind. Weil in Gottes Plan zu deiner persönlichen Heiligung und Vollendung hat Gott die alle schon hingepackt. wenn du das nächste Mal über deinen Hauskreisleiter und deinen Pastor meckerst, sei gut vorbereitet, was du da tust. Denn was hat Gott ganz offensichtlich vorbereitet? Der hat die extra gebraucht, damit du die entsprechende Schleifung mitkriegst, damit du das wirst, was du werden sollst. Stimmt's? Als Gott mit Pharao fertig war, heißt es, und das ist klasse nachzulesen, dass Gott diesen Pharao gesetzt hat. Ihr könnt das mal lesen, zwei nette Stellen über diesen freundlichen Pharaos. Ist eine tolle Geschichte, wie Gott das macht. In 2. Mose 9, Vers 16 und Römer 9, Vers 17, beide Stellen sagen eigentlich identisch dasselbe. sie sagen, dass Gott den Pharao gesetzt hat, um an ihm seine Macht zu erweisen und der gesamten Welt zu zeigen, dass es einen lebendigen Gott gibt, der sein Volk retten kann. Und ab diesem Zeitpunkt, dieser Auszug aus Ägypten war Gottes Prestige Objekt, das er vor die ganze Welt stellte und sagte, hey, so bin ich, ich bin der Gott, der Rettung schafft, ich bin der Gott, der Wunder tut, ich bin der Gott, der sich ein Volk erwählt und in der Lage ist, dieses gesamte Volk auszuführen und ihm ein neues Land zu geben, ich bin der Gott, der alle Gewalt hat im Himmel auf der Erde und das mache ich exemplarisch an diesem Volk Israel deutlich. Deswegen, das war Gottes Plan dahinter. Unglaublich. Und Gott gebrauchte diese Leute sehr stark. Deshalb lehrte ich die Bibel in 1. Timotheus, jetzt bin ich wieder da, 1. Timotheus 2, die ersten drei Verse, liest mal, was da steht, was sollst du tun in Bezug auf Autorität und Obrigkeit. Genau, ich ermahne nun vor allen Dingen das Flehen, Gebet, Fürbitte, Danksagung getan wird für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Das ist gut und angenehm vor unserem Gott und Retter. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So, was tust du, wenn du für deine Obrigkeiten betest? Genau, absolut den Willen Gottes. So, bete für deine Obrigkeiten, das steht nicht, bete für deine guten Obrigkeiten, bete für die guten Chefs, bete für die guten Lehrer, bete für die guten Eltern, nein, bete für alle. Und wenn du das tust, dann holst du dir den Segen Gottes. Weil diese Leute sind eingesetzt für dein Leben. Dich bestimmte Lektionen im Leben lernen zu lassen und dich in bestimmte Wahrheiten reinzuführen. Und du bist gut beraten, wenn du das lernst, im Gehorsam umzusetzen. Warum sollst du noch beten für deine Obrigkeiten? Gesetz den Fall, hast wirklich miese Leute da vorne. Dann sollst du nicht die Flinte rausholen und den abschießen? Ja, so Massaker mäßig. Ja, mir passt der Lehrer nicht, lass uns mal eine Flinte kaufen und dann machen wir einen Amok Lauf und dann haben wir das Problem beseitigt. Das ist keine biblische Lösung. Ich kann den Ehepartner nicht mehr leiden, also kaufe ich mir eine große Bratpfanne, so mit Wog-ähnlichen Formen und dann ziehe ich einmal gerade durch und dann bete ich noch vorher, Heiland, segne diesen Schlag, damit wir das auch abgesichert haben, aber das ist alles frommer Mist. Gott segnet dich nicht. Sondern was sollst du tun? Ganz spannende Geschichte wird uns in Apostelgeschichte 12 erzählt. Apostelgeschichte 12, die ersten drei Verse geben uns folgenden Sachverhalt zu bedenken. Da gibt es einen absolut antigöttlichen König, der hat nichts Besseres zu tun, als die Christen, die Nachfolger Gottes echt zu schädigen. Der heißt Herodes. Und er kommt geleitet von dämonischen Geistern auf den Gedanken, einen der Apostel, nämlich Jakobus, umbringen zu lassen. Und weil das im Volk Anklang findet, überlegt er sich, lass uns gleich den Zweiten hinterher schieben und er packt Petrus und führt ihn ins Gefängnis. Und was macht die Gemeinde? Genau, die beten. Das heißt, du musst nicht jede falsche Entscheidung der Leidenschaft einfach akzeptieren, sondern was ist dein Job? Genau, es ist nicht dein Job zu rebellieren, sondern es ist dein Job an die höchste Instanz zu gehen und zu sagen, ey Chef, guck dir den Kram hier mal an. Das ist dein Job. Der Untergebene hat nicht die Aufgabe, den Chef vom Sessel abzusägen, sondern an die oberste Instanz zu gehen und Gott ist derjenige, der Bescheid sagt, wie es geht. Und tatsächlich kommt der Petrus aufgrund der Intervenierung des Gebetes der Gemeinde kommt er wieder raus aus dem Gefängnis. Was betet die Gemeinde? Das fand ich spannend. Was betet die Gemeinde in Verfolgungssituationen? Oh Herr, bring den König um. Stimmt's? Beten die das? Sondern was beten die? Herr Jesus, gib uns Kühnheit, dass wir das Evangelium predigen. Die stören sich überhaupt nicht um die gesellschaftlichen Ereignisse. Das interessiert die überhaupt nicht. Ob der König gegen sie nicht, ob der Lehrer blöd ist, das interessiert sie überhaupt nicht. Sondern der einzige Punkt, der interessiert ist, Herr Jesus, wir wollen das Evangelium predigen. Mit den Leuten, für uns sind, oder mit den Leuten, die gegen uns sind, spielt überhaupt keine Rolle. Entscheidend ist Gott, dass du mit uns bist, dann haben wir eine Chance. Denk gut drüber nach. Was beten wir manchmal für einen Mist zusammen. Oh Herr, bitte nimm den doch weg und nimm den auch weg und den dritten auch noch. Und Gott sagt, ey, kümmer dich um das, worum du dich kümmern sollst. Und was ist dein Hauptjob, weswegen rennst du hier rum? Dass du betest und das Evangelium weiterbringst, dass Menschen gerettet werden, das ist dein Hauptjob. Um den Rest kümmert sich der Chef. Ja, ich habe Leute gehört, die kamen in die Seelsorge und haben zu mir gesagt, weißt du, Pastor, bitte bete doch, dass Gott mich von meinem Mann befreit. Ich meine, da muss der Frust schon groß sein. Das habe ich ja nachvollziehen können. Aber soll ich dir was sagen? So eine Gebete, die kannst du in die Tonne packen, da wird der Herr nicht mitspielen. Das ist überhaupt nicht die Art, wie Gott arbeitet. Sondern Gott arbeitet, wenn er an irgendwem Veränderung schafft, immer an wem? Immer an mir. Bete nie um Veränderung an anderen Leuten, sondern bete immer, dass Gott dich verändert. Damit hast du genug zu tun und der Herr in der Regel auch. Für den Rest bist du nicht zuständig. Als die beten, Gott, lass uns das Evangelium weiterbringen, passiert Folgendes. Dauert gar nicht lange. Vers 22 und 23, wenn du das im 12. Kapitel einfach weiterliest. Gott packt den Herodes und es braucht noch nicht mal einen Tag und der Bursche ist nicht mehr da. Aber glücklicherweise kümmerte sich das Volk Gottes nicht um diesen König, sondern sie gingen einfach zu Gott selber. Fertig waren sie damit. Und Gott regelte das Problem von ganz alleine. Und für euch alle, denen es so geht wie mir, die wir so gerne unter dem Schutz Gottes leben wollen, aber mit Autorität so viel Mühe haben, euch gebe ich gerne dieses Wort aus Sprüche 21 Vers 1 mit. Das ist mein Trostwort, das habe ich mir in meiner Bibel wirklich angestrichen. Das liebe ich dieses Wort, das beruhigt mich jedes Mal, wenn ich es lese. Sprüche 21 Vers 1 Ihr Lieben, wenn ihr es habt, lest es, malt es grün und rot und blau an, vergesst es nie mehr und immer wenn ihr mit irgendwem, der in Autorität steht, Stress habt, lest den Vers nochmal und entspannt euch. Und was steht da für alle Bibel Insider? Wie Wasserbäche ist das Herz eines Königs in der Hand des Herrn. Wohin immer er will, neigt er es. So, wer hält die Könige, wer hält die Oberen, wer hält die Leiter, wer hält deine Chefs in der Hand? Genau, und der neigt ihr Herz wie Wasserbäche. Er neigt auch dein Ehepartner, er hält ihn genauso in der Hand. Halleluja. Nicht du musst ihn in die Hand nehmen und ihn weich kneten. Wie Raimond Harmsdorf bei Seewolf mit der Kartoffel. Es tut nicht Not. Sondern Gott ist derjenige, der es macht. So, jetzt werden wir etwas schneller. Epheser 6. Ich merke, die Zeit rennt weg, wir kommen nicht durch. Doch, wir schaffen das. Der Herr ist mit mir und mit euch und er hat Barmherzigkeit mit euch. Epheser 6, die Verse 5 bis 8. ihr Sklaven, ihr Angestellten, ihr Beamten, gehorcht euren erdischen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut. Halleluja! Der du irgendwo im Angestellten Verhältnis bist. Wem dienst du am Ende? Amen! Nicht deinem Chef, nicht der Firma, nicht dem Buckeligen Vorgesetzten oder weniger Buckeligen du dienst dem Herrn. Halleluja! Und arbeite so, indem du dir das bewusst machst, hey, ich gehe in diese Firma, um Gott zu repräsentieren und ich gehe hin, um das Beste zu holen für diese Leute und den Segen Gottes auf meinen Chef und auf meine Mitarbeiter und meine Mitkollegen zu legen. Ich gehe deswegen in die Schule, um den Laden zu segnen, dass unsere Schule wirklich gut wird. Das ist mein Punkt, deswegen gehe ich dahin. Gott unterordnet. Das ist die Herzenshaltung, die wir brauchen. In Apostelgeschichte 23, Vers 5, ich werde mich ein bisschen hineinbewegen, da liest du folgenden Sachverhalt, dass Paulus vor dem sogenannten Hohen Rat und das waren natürlich Leute, sogenannte Theologen oder Theolügen oder was auch immer, also so Leute, wo du genau weißt, Mann und Mann, das waren nicht Rechtsanwälte, das waren Linksanwälte, also Leute, die bewusst das in die falsche Richtung gezogen haben. Und Paulus steht da und weiß genau, Mann und Mann, mit dem Typen muss ich mich jetzt auseinandersetzen und es passiert was Interessantes, während Paulus redet, kommt doch tatsächlich einer im Vers 2, Paulus ist also in seiner Gerichtsverhandlung und er redet und er redet klar das, was Gott ihm sagt und dann wird ein Diener beauftragt, Paulus zu schlagen, mitten in seiner Rede, stellt sich also dieser Diener hin und schlägt ihm ins Gesicht. Und Paulus in Vers 3 sagt was? Da sprach Paulus zu ihm, Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand! also da merkst du, da brach so die Liebe und Barmherzigkeit des Heilandes aus seinem Herzen raus, wer es das Herz voll war, floss der Mund vor Salbung über, stimmt's? Also wisst ihr, was ich daran lerne? Der heilige Paulus war auch so wie du und ich. Mich hätte auch der Zorn gepackt, wenn der mich mitten ins Gesicht geschlagen hätte. Und wahrscheinlich hätte ich gebetet um fünf Sekunden Bewahrung. Vers fünf kommt. Vers vier, da sagen die dabei stehen zu ihm, schmähst du etwa den hohen Priester Gottes und jetzt hör dir an, was Paulus sagt. Und Paulus sprach, Brüder, ich wusste nicht, dass es der hohe Priester ist, denn es steht geschrieben, von dem obersten deines Volkes sollst du nicht schlecht reden. Mein lieber Mann, die machen dir gerade einen total abgezinkten linken Gerichtsprozess. Die gehen sogar hin und schlagen dich, obwohl sie gar kein Recht dazu haben. Und Paulus geht hin und demütigt sich vor dem Laden und sagt, hey, das ist nicht in Ordnung, es tut mir leid, Leute, vergibt mir, ich habe nicht das Recht, gegen den Obersten des Volkes so zu reden. Hammer. Der hatte was von Autorität verstanden. Mann oh Mann. Am Ende bringt ihn Gott raus aus der Situation. Aber hoch spannende Situation, stimmt's? Frag dich mal, wie du reagiert hättest. in Epheser 6, ich springe wieder zurück, gibt's noch mehr spannende Anweisungen und unter anderem kommt diese hier. Da steht ab Vers 1, ihr Kinder gehorcht euren Eltern als dem Herrn. Denn das ist richtig. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit göttlicher Verheißung, damit es dir wohl geht und du lange lebst auf der Erde. Leute, ehrlich, wo übst du zuerst unter Autorität zu stehen? In deiner Familie, als Kind in deiner Familie, bei Papa und Mama. Da geht es los mit Gehorsam und mit Glauben. Wem traue ich zu, dass er wirklich das Richtige macht? Traue ich Gott zu, dass er mir die richtigen Eltern gegeben hat, die mir das sagen werden, was für mein Leben gut sein wird. Und selbst wenn ich Eltern habe, die vielleicht in vielen Bereichen sehr schwach sind, traue ich Gott zu, dass er wusste, warum er mich in diese Familie gesetzt hat. Hat Gott den Überblick über dein Leben? Hast du so viel Vertrauen, dass du sagen kannst, Gott, ich glaube dir, ich bin nicht in Rebellion, ich gehe nicht in Ungehorsam, ich gehe nicht aus deinem Schutz raus, ich glaube, dass du mir diese Leute gegeben hast, dass ich da die Lektion meines Lebens mit lerne. Denn dazu hat Gott uns Eltern gegeben, gute wie schlechte. Dazu haben deine Eltern genauso viele Stärken, mindestens genauso viele Schwächen haben sie auch. Und interessanterweise sagt man das nicht umsonst, dass oft unsere größten Stärken gleichzeitig unsere größten Schwächen sind. Kannst du Gott das zutrauen und gehorsam sein? und sagen danke Herr, danke für Vater, danke für Mutter, danke dass du sie mir gegeben hast, danke dass ich lernen darf, mich Autorität anzuvertrauen, danke dass ich auch lernen darf, wenn die Dinge schief laufen, zu Hause zu beten und zu sagen, Herr, nicht ich kann meinen Vater korrigieren, aber du kannst meinen Vater schon korrigieren, bitte Herr mach irgendwas ich muss nicht in Rebellion verfallen, ich muss nicht zu Hause die Keule auspacken, sondern ich kann zu Gott gehen und sagen, Herr du bist der jenige der das in der Hand hält, du hältst meine Familie in der Hand oder es gibt so ein ganz uraltes Kinderlied da singt man immer was er hält die ganze Welt so da wird er ja wohl noch meine Familie in der Hand halten können oder kann ich ihm das zutrauen oder nicht ich das lässt sich oft so singen und wenn wir das können dann können wir zur Ruhe kommen in der Gemeinde ist das genauso interessanterweise setzt Gott Leiterschaft in die Gemeinde ein hast du das gewusst Gott setzt Leiter in die Gemeinde und die sagen dir was du zu tun hast das ist ihr Job naja das glaube ich nicht das muss ein Fehler sein lass uns mal ein paar Texte angucken liest mal einen Text der mir in diesem Zusammenhang ganz neu aufgegangen ist in Johannes 13 Johannes Evangelium das 13 Kapitel Vers 30 Vers Vers 20 Entschuldigung 10 zu weit Vers 20 Johannes Evangelium das 13 Kapitel Vers 20 da sagt Jesus mit dieser typischen für die für die hebräische Sprache typischen Formel eine Formel die sagt jetzt kommt was besonderes da sagt er vorher wahrlich wahrlich ich sage euch also das scheint irgendein ganz wichtiger Satz zu sein deswegen betont Jesus den so besonders wer aufnimmt wen ich sende der nimmt mich auf wer aber mich aufnimmt nimmt den auf der mich gesandt hat stell dir das mal vor wenn Gott der Gemeinde den Pastor schickt dann nehmen sie Jesus auf ich versuche mich an diesen Gedanken zu gewöhnen aber er ist hammerhart stell dir das mal vor stimmt's würden wir über Jesus meckern auf der Kanzel würden wir den sonntags nachmittags durch den Kakao ziehen das würden wir uns gut überlegen stimmt's wer mich aufnimmt der nimmt den auf der mich gesandt hat wenn der Pastor predigt ist es Menschenwort oder ist es Gottes Wort was nimmst du in dein Herz verstehst du was da für eine innere Haltung schon da ist und wir merken da haben wir mit Autorität unglaublich Mühe und das ist der Grund warum wir so wenig Segen empfangen und so wenig Schutz bekommen in Hebräer 13 Vers 17 sagt die Bibel lies mal Hebräer 13 Vers 17 das ist auch so eine Stelle wo wir merken dass unsere alte Seele doch richtig Probleme kriegt wenn sie sich das zu Gemüte führt Hebräer 13 Vers 17 da heißt es gehorcht und fügt euch euren Leitern denn sie wachen über eure Seele als solche die Rechenschaft geben werden damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit seufzen denn dies wäre nicht nützlich für euch also was sollst du mit deiner Leiterschaft machen gehorcht den in deiner Hauszelle gehorcht deinem Leiter in deiner Jugendarbeit in deiner Rollranger Arbeit in der Kinderarbeit wer immer dein Leiter ist gehorcht den Leuten in der Gemeinde der Leiterschaft gehorcht den Leuten die da sind dann liest mal was da steht sie haben einen Job von Gott sie wachen über eure Seele als solche die Rechenschaft geben müssen diese Stelle ist einer der Stellen die mich mit am meisten Furcht belegen das gebe ich gerne zu weil mir vorzustellen ich muss vor Gott stehen irgendwann wenn mein Leben zu Ende ist um mein eigenes Leben habe ich keine Sorge aber wenn Gott mich fragen wird für all die Leute denen ich gepredigt habe wo ich als Pastor Verantwortung hatte und Gott mich fragt ey was ist mit dem davor habe ich Sorge da bete ich oft und sage Herr hilf mir hilf mir und gib mir Gnade dass ich dass ich da am Ende nicht vor deinem Thron stehe und und hören muss ey wo sind die Leute so Leidenschaft zu haben dass manche Leute denken immer wenn irgendeiner Leiter ist hurra hurra dann hat er den Job und kann endlich mal was sagen ne Leidenschaft in der Bibel hat genau den gegenteiligen Effekt sondern Leidenschaft in der Bibel bedeutet wer der größte unter euch ist sei aller Diener also Leidenschaft in der Bibel hat immer was mit Dienst zu tun und der größte Diener in der Gemeinde soll derjenige sein der am Ende auch die Gemeinde leitet Das heißt in den meisten Gemeinden müsste man den Hausmeister zum Gemeindeleiter machen weil das ist der der den meisten Leuten dient interessanter Gedanke stimmt meine ich aber ehrlich und meine ich ernst denk gut drüber nach wenn Leiter nicht dienen sind sie keine Leiter es gibt in der Bibel keine Leute die Vorsitzende sind sondern es gibt tatsächlich nur Diener und wer nicht dient leitet am Ende auch nicht und wir als Jungs haben uns irgendwie angegriffen wir waren uns auch nicht sicher was das jetzt war diese Aktion und am Sonntag war Mutter dann eingekleidet wie als wenn sie Geburtstag hätte hatte sie aber nicht und alle Leute haben sie natürlich auch darauf angesprochen und wir saßen am Mittagstisch und meine Mutter hat erzählt wer da alles was von ihr wollte und wir haben als Jungs natürlich unseren Vater angeguckt und der hat da mit Stein an der Mine gesessen und hat nichts gesagt und mein ältester Bruder der war bei clever genug hat gesagt Papa wieso hast du das jetzt gemacht und mein Papa holt die Bibel raus und liest Epheser 5 Vers 25 Ihr Männer liebt eure Frauen wie der Christus die Gemeinde der sich selber hingegeben hat jahrelang habe ich nicht getan was da steht sondern ich habe immer erwartet dass Mama alles macht und dass das so läuft aber letzte Woche habe ich Epheser Brief gelesen mein Vater hat sofort laufend die Bibel gelesen und es war mir als wenn ich das ganz neu lese und dann wusste ich das habe ich noch nie praktiziert und jetzt habe ich das für die letzten Jahre versucht nachzuholen deswegen ist mir diese Stelle immer in Erinnerung geblieben die habe ich nie mehr vergessen der sich heiligt für seine Frau und ich bin wirklich davon überzeugt wenn Männer diesen Job ordentlich machen dann werden ihre Frauen nicht Mühe haben sich unterzuordnen immer wenn du zu Hause debattieren musst darüber dass sich deine Frau unterordnen muss hast du irgendwas falsch gemacht weil denk doch mal drüber nach wenn du deine Frau liebst wie nichts Gutes und ihr gibst was immer möglich ist so wie Christus die Gemeinde geliebt hat der sich selber geopfert hat deine Frau irgendeinen Grund irgendwie zu meckern die hat keinen die wäre völlig blöd wenn sie meckern würde ich glaube dass wir so viel Elend oft in den Ehen haben weil wir einfach die Dinge nicht tun die da stehen und dann nimmt man irgendwelche Forderungen aus der Bibel raus und sagt du musst aber das und das und das und dann merkt man gar nicht dass man sich zuerst an die eigene Nase packen muss um seinen eigenen Kram zu machen und wenn wir den machen würden brauchen wir dem anderen nicht vorschreiben was er zu tun hat das geht in umgekehrter Weise auch so wenn Frauen dauernd ihre Männer nicht ehren dann müssen sich nicht wundern wenn sie Theater zu Hause haben aber da steht er ehrt eure Männer sorgt dass es ihnen ordentlich geht jemand ist mal zu mir gekommen und hat gesagt weißt du was für die Frauen da steht ein ganzes Kapitel Sprüche 31 wie die sein müssen ja stimmt es war steht tatsächlich da ja also ihr Männer wenn ihr mal heiraten wollt lest erst Sprüche 31 lernt das auswendig ab dem 10. Vers ja bis Vers 31 also 21 Verse die sich lohnen die dein ganzes Leben bestimmen wenn du sie auswendig kannst das wichtig ja aber dann kam die Retour Kutsche das war genauso dann kam nämlich die Frage hör mal und gibt es nicht eine Liste für Männer auch habe gedacht doch gibt es auch schlag mal auf im Titus wenn da steht wie reife Männer aussehen sollen ja also einmal könnt ihr mal reingehen in Titus und dann müsst ihr mal lesen was da steht das ist richtig nett ab dem fünften vers ja ab dem fünften vers und dann geht es los dann hat er sogenannte Männer eingesetzt die nennt der älteste das ist die Beschreibung von wirklich heißen Männern die man heiraten sollte die wirklich wissen was sie wollen du musst dir das mal angucken das erste ist der ist ohne Tadel der ist untadelig siehst du schon 99% durchgefallen du brauchst gar nicht mehr lange suchen schon im ersten Teil und schon hat sich das Thema erledigt merkst du was wir Männer lesen auch so gerne Sprüche 31 ab Vers 10 und dann wissen wir genau wie die alle sein sollen und dann lesen wir plötzlich was über uns steht und dann merken wir schon beim ersten Satz verschlucken wir uns und dann sagen oh Moment ja aber Gott ist ehrlich er sagt ey bitte heirate keine Ersatzteile sondern richtige Männer überleg dir gut was du da machst guck dir an ob die wirklich Kriterien die von Gott her kommen erfüllen oder nicht heirate bitte nicht alles was nicht schnell genug den Baum hochlaufen kann ja so blöd was da oft gemacht wird und du wirst dich nicht wundern wenn das Chaos nachher perfekt ist sondern guckt was da steht was das für Leute sein müssen er muss untadelig sein als Gottes Verwalter weißt was das bedeutet dass der weiß was Gott ihm gegeben hat an Begabung an Talent an Befähigung und der setzt das ein fürs Reich Gottes das ist nicht so eine Schlaftablette die immer nur in der Gemeinde rumsitzt den du immer nur beim Frühstück essen erlebst ansonsten siehst du den nicht ja so eine Sofa Potatoes oder wie die Jungs heißen ja so eine Couch Potatoes so furchtbare die Bibel sagt ey guck den an ob der mitarbeitet oder nicht guck dir an ob der wirklich drauf ist heiß oder nicht und wenn das so eine geistliche Lusche ist ey lass ihn weit von dir vorbeilaufen nicht eigenmächtig hey guck ob der sich Autoritäten unterstellen kann nicht jezornig nicht dem Wein ergeben nicht ein Schläger nicht schändlichen Gewinn nachgehend sondern gastfrei das gute lieben besonnen gerecht heilig enthaltsam ey ein ganz wichtiger Punkt ja der an der Lehre gemäß dem zuverlässigen Wort festhält ey das sind Leute die die leben aus dem Wort Gottes und plötzlich merkst du dass das Kriterien sind wenn du die an dein Leben anlegst dann sagst oh Herr ich glaube du musst noch ein bisschen mit mir arbeiten und das ist der gesündeste Zustand den du haben kannst wenn du das entdeckst weil tatsächlich nur wenn Gott uns formt sind wir irgendwann so weit dass wir auch tatsächlich beziehungsfähig sind und ich glaube dass auch einer unserer großen Chaos Momente die wir haben auch in unseren christlichen Ehen darin liegt dass oft so völlig ungeformte Leute sich heiraten und sich dann wundern dass da am Ende so viel Chaos raus kommt weil man nicht schon zweimal so achte auf die Ordnung Gottes Gott hat sie dir gegeben und solange du dich in dieser Autorität Gottes bewegst bewegst du dich unter dem Schutz und ich möchte noch mit uns beten dass wir uns das bewusst machen und sagen Herr wo lebe ich da in Ungehorsam wo lebe ich nicht in dieser Ordnung wo ist da Rebellion bei mir und wo bewege ich mich da raus aus deinem Schutz Herr Jesus sich das immer wieder anzuschauen wie du für uns Schutz vorbereitet hast Schutz durch Autoritäten die du uns gibst Schutz durch Eltern Schutz durch Leiter Schutz durch Lehrer Schutz durch Vorgesetzte Schutz durch Männer und Frauen die du für uns Verantwortung gegeben hast dann staunen wir darüber was du für einen unglaublichen Weg hast uns als Menschen zu Form und zu Reife zu führen dass du so viele unterschiedliche Menschen in Bewegung bringst die für uns sorgen sollen und an denen wir reifen und lernen dürfen und wo wir selber geformt werden zu Leitern die dann selber Verantwortung für andere übernehmen sollen dein göttlicher Plan deine göttliche Ordnung ist unglaublich gut und Herr wir haben oft das falsch gesehen und wo wir in Rebellion gegangen sind wo wir uns aufgelehnt haben wo wir spüren wie wir dir am Ende nicht glauben dass du wirklich das Beste für uns hast indem du uns solche Menschen auch über den Weg bringst wo wir dir nicht zutrauen dass du in deiner Liebe wirklich das so hinschiebst dass es für uns zum besten dienen wird Herr wir kommen um dich um Vergebung zu bitten wir kommen auch um dir unseren Unglauben zu geben und zu sagen Herr bitte mehr uns da das vertrauen aber wir wollen da auch zurück unter deinen Schutz wir wollen nicht schutzlos rumrennen wir wollen auch als Gemeinde das Lernen Leiterschaft und Autoritäten zu ehren und zu achten Jesus wir wollen nicht dass es uns so geht wie es den Leuten in Nazareth ging die dich nicht geachtet haben und am Ende konntest du keine Wunder tun am Ende konntest du deine ganze Größe und deine Liebe und deinen Segen nicht dalassen aber wir wollen dass dein Segen auf uns ruht Herr deswegen wollen wir dir sagen wir wollen es lernen Autorität zu bejahen wir wollen das lernen unter Leiderschaft zu leben wir wollen das lernen unter Autorität zu stehen wir wollen das lernen gehorsam zu sein wir wollen das lernen wirklich deinen Willen umzusetzen und ein Segen zu sein Vater und ich möchte jetzt bewusst auch für all die Menschen beten die so Verantwortung für uns übernehmen möchte beten für Eltern die wirklich in ihrer Verantwortung stehen möchte beten Herr für Lehrer für Vorgesetzte dass du sie segnest möchte beten für unsere Regierenden Herr dass du wirklich mit deinem guten Heiligen Geist sie führen kannst Herr möchte beten für die Verantwortlichen dieser Gemeinde dass wir wirklich vor dir stehen als Diener möchte beten für christliche Ehen Herr dass Männer wirklich Männer sind die ihre Verantwortung von dir wirklich empfangen und wahrnehmen für Frauen die es lernen in ihrer Position stark zu sein und zu stehen für dich und zu ihren Männern und ihren Familien Herr ich bete das für unsere junge generation dass da wirklich junge Frauen aufstehen die in Männer die sich von dir formen lassen dass wirklich dein Bild dein Charakter Jesus in ihnen sichtbar wird dass wir als Gemeinde lernen unter dem Schirm des Höchsten und unter dem Schutz des Allmächtigen zu leben Vater danke dafür dass du uns da lehrst und uns ermutigst auf diesem Weg weiter zu gehen Amen